Wollen wir anfangen? Ja. Greifnühe. Wenn sich das innere Licht in mich bricht, kann man die Seele nicht sehen, aber es funkelt schön. Und wer geblendet wird, verliert. Wenn du sagst, was dich bewegt, dann ist es wie ein Fleck aus Licht, der im Raum schwebt und wir wissen, die Katze und ich, Lichtflecken fängt man nicht. Es ist viel zu hell für die Nacht und ich fühl nicht mehr, ob ich müde werd oder wach. Die Fahrstühle fahren und man nicht versteht, ob es runter geht oder rauf aufs Dach. Die Augen des anderen sind das Einzige, worin man sich spiegeln kann und sich trotzdem liebt, weil man nicht nur sich selber sieht. Dieses Zimmer ist still und es herrscht Ruhe im Treppenhaus, so sieht's aus. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen, du hast das Licht anbelassen. Es ist viel zu hell für die Nacht und ich fühl nicht mehr, ob ich müde werd oder wach. Die Fahrstühle fahren und man nicht versteht, ob es runter geht oder rauf aufs Dach. Es ist viel zu hell für die Nacht und ich fühl nicht mehr, ob ich müde werd oder wach. Die Fahrstühle fahren und rauf aufs Dach. 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 Wolfgang Müller! Ich liebe dich! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön!